In diesem Video zeige ich dir, wie du selbstbewusster wirst und deine Selbstzweifel loslassen kannst, denn deine Selbstzweifel bringen dir nichts. Selbstbewusst werden, Selbstzweifel loslassen. Du kennst sicher auch diese Zweifel, die uns irgendwie alle planen. Wir plagen, wir zweifeln an den Situationen, wir verzweifeln an Dingen, wo wir glauben, das können wir nicht, das ist nicht so unser Ding. Oder wir verzweifeln ganz einfach gesagt an uns selbst. Und ärgern uns hinterher, dass wir es nicht gemacht haben, denn eigentlich war es ja nur eine Kleinigkeit. Zumindest in den meisten Situationen. Nun, was kannst du dagegen tun? Das Erste, was ich dir empfehle, ist, schreibe dir eine Liste, eine lange Liste, auf der du aufschreibst, was hast du für Leistungen schon erbracht, was kannst du gut, was hast du für Situationen früher schon gemeistert, was sind deine Fähigkeiten und dein Können. Und gib nicht auf, bevor du nicht mindestens 50 oder vielleicht sogar 100 Sachen auf deiner Liste hast und gerne natürlich mehr. Denn alleine, dass du diese Liste schreibst, gibt deinem Unterbewusstsein das Signal, dass du eine ganze Menge Fähigkeiten hast. Wir neigen nämlich im Alltag dazu, uns eher darauf zu konzentrieren, was wir nicht können, anstatt auf das, was wir können. Und wenn wir den Fokus immer darauf richten, was wir nicht können, dann ist kein Wunder, dass die Selbstzweifel immer größer werden. Wenn wir lernen, den Fokus mehr darauf zu richten, was wir können, dann wird unsere Selbstsicherheit, unser Selbstbewusstsein wird größer und die Selbstzweifel lassen nach. Der zweite Tipp ist, frage dich einmal, ob du schon mal in einer ähnlichen Situation warst. Und es ist vollkommen egal, ob diese Situation vor ein paar Tagen, ein paar Wochen war oder ob du vielleicht, wenn du schon etwas älter bist, in deinen Teenager-Zeiten, in deinen Twenties warst, ganz egal, wie lange das her ist, denn meine Beobachtung ist, dass es immer wieder Leute gibt, die sich in den Teenager-Zeiten, in den Twenties, einiges trauen und später dann nicht mehr. Und wenn man da mal zurückdenkt, Mensch, damals konnte ich es doch auch. Ich habe mich zumindest der Situation gestellt, auch wenn sie vielleicht schiefgegangen ist, aber ich bin zumindest rangegangen. Ich habe zumindest nicht diese großen Selbstzweifel gehabt. Dann stärkt das dein Gefühl für mehr Selbstsicherheit und du verlierst Selbstzweifel. Und der dritte Tipp, den ich dir heute mitgebe, ist, was könnte eine andere Person in dieser Situation tun? Eine Person, die dir vielleicht irgendwie ähnlich ist, die in einer ähnlichen Situation steckt, was würde die machen? Würde die es können? Würde die es sich zutrauen? Würde die es machen? Und letztendlich denkst du nicht über eine fremde Person nach, die musst du auch nicht wirklich kennen, sondern du denkst im Prinzip über dich selbst aus einer anderen Perspektive nach, hast dadurch den inneren Abstand, bist nicht so sehr in den Selbstzweifeln gefangen und traust dir eher zu, das dann auch, ich sage mal, dir selber als Tipp zu geben, mach es, trau dich, tu es und dann wirst du es machen. Und so wirst du auf Dauer dein Selbstbewusstsein steigern, die Spirale geht nach oben und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß dabei. Dein Michael von jetzt-selbst-sicher.de Also schreibe alle deine Fähigkeiten, dein Können, deine Leistungen, alles Positive auf. Frage dich, wenn du in eine Situation kommst, ob du eine ähnliche Situation früher schon einmal gemeistert hast. Und frage dich, ob es eine andere Person, vielleicht sogar eine schwächere Person, als du nicht auch machen könnte. Und stellvertretend für diese Person stehst natürlich du. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann abonniere jetzt den Kanal und lade dir mein kostenloses E-Book 5 Zaubertricks für mehr Selbstbewusstsein herunter.